Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich bin Rahel und heute möchte ich dir eine ganz einfache und simple Atemtechnik zeigen. Diese kann dir dabei helfen, Stress zu reduzieren, dich besser zu konzentrieren. Auch bei Kopfschmerzen kann sie helfen und sie hilft für inneres Gleichgewicht. Am besten machst du gleich mit. Los geht's! Finde einen bequemen Sitz, lege deine linke Hand auf dein linkes Knie ab und von der rechten Hand ziehe Zeigefinger und Mittelfinger nach innen und lege sie auf die Handfläche. Dann nimm einen tiefen Atemzug, atme tief ein und aus. Beginne, indem du deinen rechten Daumen auf dein rechtes Nasenloch gibst und über links einatmest. Verschließe dann mit dem Ringfinger auf der linken Seite und atme rechts aus. Atme rechts ein, verschließe dann wieder mit dem Daumen, öffne den Ringfinger und atme links aus. Atme links ein, verschließe wieder. Hebe den Daumen vom rechten Nasenloch und atme rechts aus. Atme rechts ein, verschließe, atme links aus. Atme links ein, verschließe wieder mit dem Ringfinger und atme über rechts aus. Rechts einatmen, verschließen und links ausatmen. Atme links einatmen. Atme links einatmen. Atme links einatmen, verschließe und rechts ausatmen. Mach das in deinem Tempo. Atme rechts einatmen, verschließe und links ausatmen. links einatmen. Atme links einatmen. Atme rechts 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 einatmen. Atme links ausatmen. links ein verschließen und rechts aus atme rechts ein verschließe wieder mit dem daumen und atme links aus atme links ein stelle gleichgewicht her verschließe und atme rechts aus lass los atme rechts ein verschließe wieder mit dem daumen und atmen links aus links ein verschließe rechts aus rechts ein verschließe links aus links ein schließe rechts aus versuche wahrzunehmen was sich verändert durch diese art und technik rechts ein verschließe und links aus folge meiner anleitung oder finde ein rhythmus der für dich passt links ein rechts aus dann senke deinen rechten arm atme nun durch beide nasen löcher nimm ein paar tiefe atemzüge nimm wahr wie es dir jetzt gerade geht öffne deine augen so ich hoffe du hast mitgemacht und fühlst dich auch ein bisschen entspannter als noch vor ein paar minuten hier noch ein kleiner tipp diese übung kannst du auch machen wenn du zum beispiel am bahnhof wartest oder gerade im bus fährst auch ohne deine hand zu verwenden du kannst dir einfach vorstellen dass die luft von links einströmt dann rechts aus rechts ein und so weiter das hat auch schon eine erstaunliche wirkung wenn du es auch nur mental übst schreibt mir sehr gerne unten in die kommentare wie du die übung fandest und wie du dich jetzt gerade fühlst ich freue mich da von dir zu lesen und bis zum nächsten mal